moin leute herzlich willkommen zu neuen folge von let's play super mario bros x ja so und ich würde mal sagen wir gehen mal erst mal zu den lost woods und wir können nachschauen ob wir noch mehr solche ziegte exerziert übersehen haben erwartet mal das mikrofon sitzt schlechten also immer immer das hier ok besser das war krass ok besser weitergehen zur sicherheit alter ok ok jetzt gehen wir hierhin noch mal ok 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 alter geil oh nein oh der schlüssel ein schlüssel komm her ok ok ich springe warte mal vielleicht ist der schlüssel da versteckt oder 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 ganz woanders ähm ich guck mal nach mal sehen äh hier seh ich keinen schlüssel ach komm lass mir das und schauen eher nach der rechten richtung nach da gab es doch auch was oder ok ok alright ja da geht es doch auch klar lang es soll es doch auch sicher sein boah boah da dafür war gedacht aha ich dachte das war das ziel aber ne da war dafür gedacht ok 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 yes 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 ok oh das ist ja ein roter Punkt auch oder ja auch roter Punkt also sicher über die Röhre das andere zieht sein ok ja ich guck aber nur kurz nach habe ich da auch noch was übersehen weil ich hab da sicher noch vergessen dass es ja noch das hier gibt ok aha also eigentlich habe ich hier nichts vergessen weil überall ist es einfach gelb ja 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 also gut und ja ja ok also das hier gucke ich mir später an also falls ich es vergesse bitte erinnert mich dran und ja ok 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 das sind jetzt wieder dort ok 8 Sterne und wir haben 3 äh gibt es da noch was mit 3 Stern geil 5 Stars 5 Stars äh ja 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 jetzt gehen wir wieder zurück und mal zum anderen Ende des Levels wisst was Leute ich nehme jetzt einfach das hin mit so also also haben wir eine letzte Folge x irgendwas hinter diesen Coinblock ist boah das weiß ich nicht mehr äh die letzte Folge war so 2 Wochen her ich teile daran weil ja ich hatte einfach nie die Motivation und Schulstress habe ich auch äh ja ah eine Feuerblume ok nehme ich mit nice oh da geht echt krass ab äh ja ok ok woh alter alter wuh woh oh nein ah nein ah ich wollte nicht rein oh bitte sag mich ich kann da eh noch so wieder raus nö ich kann nicht raus das aus wap wap uah verdammt na los gebs mit ja Oh, Allah. Okay, erstmal... Verdammt! Ja, ein Yoschi! Juhu, wir haben wieder ein Yoschi! Geil! Alter, Yoschi ist geil! Ich liebe Yoschi! Oh, bloß nicht getroffen werden! Yoschi! Das war knapp! Nein, Yoschi! Nein! Diese... Ich hasse diese Wiese! Sie sind einfach klein, aber... Sie sind einfach nicht zum unterschätzen, weil... Die... Können sich einfach so gut nerven! Die können einfach hoch springen, Alter! Hoch springen! Oh man, ich wär einfach... Euch loswerden! Ich wär endlich mal in ein Level kommen, wo diese Viecher weg sind! Oh, ne! Bosskampf und die Hassviecher gleichzeitig! Digga, das geht doch gar nicht! Oh! 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 Warte mal! Kann man's so mitnehmen? Ja! Nein! Zwei! Die... 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 So Leute, ich bin wieder da! So, und jetzt grad nen Bildschirm aufgenommen, weil ich hab das Ganze im Vorbild gemacht! Warte, jetzt versuchen wir es nochmal. Oh Gott, es leckt sich, oder? Come on. Yes, ich hab's geschafft. Yes. Bam, bam, brr-brr-bram. Halla. Geil. Oh, und falls ihr fragt, warum der Weg hier weg ist. Ja, beim Neustart eines Spiels habe ich vergessen, das jetzt zu speichern. Ja. Aber erstmal das speichern. Yes. So, Leute. Dann machen wir weiter. Oha. Okay. Aha. Was ist das? Aber zum Beispiel, ich mach doch den Bildschirm etwas größer. Geht da noch. Äh. Ja, sorry. So. Gut. Besser. Äh. Dann wollen wir aber weitermachen. Äh. Was ist unser Ziel? Ja, ich glaube, in eine Röhre reinzugehen, oder? Äh. Ich denke, wir haben jetzt kein Ziel mehr. Hallo? 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 Ich brauche Hilfe. Ich muss raus hier und, oh. Ich geh mal als Luigi rein. Vielleicht wurde das für Mario, Luigi und so andere Mario Charaktere gedacht. Ah, genau. Äh. Balluch ist sie. Aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Äh. Wie geht's weiter? Äh. Hallo? Hallo? Wie geht's weiter? Oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir gehen auf zu viel Röhren. Ah. Das einfach so lang machen, bis man zu dieser Röhre kommt. Alter, das ist kreativ. Dude. Yeah, and thanks. Ja, das ist geil. Okay, auf den kann man nicht drauf springen. Das habe ich jetzt rausgefunden. Alter. Dann mal ein Slink. Na gut. Dann geh ich mal hier rauf. Ich warne dich. Ich habe ein Schwert. Nice. Dann wollen wir nach dem Eingang hier suchen. So. Einfach dreimal in den Röhren reingehen. Dann hat man schon... Dann hat man doch den Salat, oder Leute? Dann hat man doch... Dann haben wir uns doch... Hilda Yes, geschafft Haha Zack Bam So geht's Yes, Checkpoint Geil, ich liebe Checkpoints No, I'll never touch I'll never touch I'll never touch It was all Jisoo I'll never touch Warte mal, geht's da nach unten zu irgendeinem Weg? Okay, ich glaube erstmal nicht. Aber es ist ja so ein Coinblock hier in schwarzem drin. Ho! Dude, Alter. Du Krabbe, ey. Ho! Ah! Deshalb... Nicht euer Ernst! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, weiter geht's. Ähm... Okay. Ha! Bäm! 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 Besser! Haha, meine Waffe! Alter! Uuuh! Alter! Dude! Nein! Wie eine Geschwindigkeit! Wie hätte ich gewusst, dass sowas passiert? Oh, Mann! Ach, nee! Schon wieder diesen Weg! Oh, Alter! Oh, Alter! Was hätte mich... Alter! Mir hat halt dich, Alter, gesagt! Oh! Oh! Ah, so kann man da hin! Geil! Nice! Danke! Danke, Gott! Danke! Du bist ein Held! Ein wirklich echter Held! Oh, Mann! Fast hätte diese Krabben einen Spaß ruheniert, Alter! Einfach! Diese Krabbis! Immer Krabben! Krabi-dabi-dabi Krab, krab, krab Nice Nein Nein Oh, das war knapp Dude Alter Hör zum Fakt Alter, also Also ich sollte mal wirklich bald Ein Best-of zu mir machen Bei meinen Ausrastern Weil bei schon so manchen Videos Da Da hab ich echt Richtig ausgerastet Also könnte schon eine Compilation Darin zu machen Wow, wär richtig geil Ja, vielleicht mach ich sowas bald So ein Best-of Weil ich kenn ich mein Schneiden gut aus Aber Jetzt nicht, weil ich schneide noch an Eine Haut ist Parodie Und ich mach auch Let's Plays Und vielleicht Versuch ich's auch mit Animation wieder Hab halt bei Animation Keine Motivation mehr Come on Oh Oh Okay Okay, Bosskampf Ah, Birdo Die ist nicht klar, als ich Das ab Du kleines Aber mit Link geht's richtig leicht Ja Geht leicht Geht leicht Okay, wir können doch dann Das heißt Do not enter Also nicht Betreten Aha Geisterhaus Okay, wenn ich Jetzt sterbe, dann Wird diese Folge zu Ende sein Ja, Leute Dann war's schon mal mit dieser Folge von Let's Play Super Mario Bros X Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, dann lass den Daumen Nach oben da Und ich sehe es zunächst mal wieder Ciao 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 Ciao